Also normalerweise fülle ich ihn immer eine Viertelstunde oder so ein Schritt bevor ich hinauf in das oder stelle ich die Müllanlage, wenn ich noch was anderes zu tun habe, dass er erst mal warm wird Espresso ist doch viel zu kalt, du willst dich doch jetzt nicht hinlegen. Oh neee, jetzt juckt halt alles, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also ich packe ihn noch im Haufenlassen echt total gerne in die Decke ein. Weil die ein Halsteil hat und gerade weil er ja auch so den ganzen Hals geschoren hat. Kann er dann echt gut abschwitzen und wird schön warm gehalten, gerade bei den eisigen Temperaturen. Das ist kuschelig, oder? Mit der Decke. Ja, die hält dann auch schön warm. Ja. Kannst du gehen? Ja. Dann hat er sich auch mal schön ausgebockt. Ein bisschen gewandt, ne? Ja. 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 Ja.